Ich beziehe eine Altersteilrente, habe ich da einen Anspruch auf meine Betriebsrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Seit 1. Januar 2023 gilt ja der Grundsatz, wir können neben der vorgezogenen Altersrente so viel dazu verdienen, wie viel wir wollen. Also es ist eine wunderbare Sache. Und viele von Ihnen werden wahrscheinlich dann auch darüber nachdenken, ob Sie gegebenenfalls, wenn Sie krank sind, auch Krankengeldansprüche haben können. Und das können Sie aus unserer Sicht nur so absichern aktuell, indem Sie aus der Vollrente des Alters zum Beispiel eine 99% Teilrente machen. Und genau hier kann ein ganz großes Problem im Zusammenhang mit möglichen Betriebsrentenansprüchen entstehen. Wir haben in Deutschland ungefähr 1200 Betriebsrentensysteme oder Betriebsrentenversorgungseinrichtungen. Und jeder dieser Träger dieser Versorgungseinrichtungen, das sind private Versicherungsunternehmen oder auch Versorgungswerke oder wer auch immer, VBL zum Beispiel kennen Sie auch, hat dort unterschiedliche Regelungen. Und so gibt es einige, sogar viele Regelungen, die sagen generell, Anspruch auf eine Betriebsrente hat man nur, wenn man eine Altersrente als Vollrente bezieht. Und das ist genau das ganz große Problem, was viele von Ihnen auch möglicherweise haben werden. Wenn Sie eine praktisch bei Beginn der Altersrente dann auch noch Ihre Betriebsrente haben möchten und Sie haben Ihre Altersrente als 99% Teilrente gewählt, dann kann es passieren, dass Sie keinen Anspruch auf Auszahlung Ihrer Betriebsrente haben. Und deshalb kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, bevor Sie hier einen entsprechenden Altersrentenantrag als Teilrente stellen, prüfen Sie bitte in Ihrem Betriebsrentensystem genau ab, ob Sie auch in diesem Fall der Zahlung einer Teilrente als Altersanspruch auf Leistung aus der Betriebsrente haben. Und lassen Sie sich das bitte verbindlich durch den Träger der Betriebsrente erklären. Nicht, dass Sie dann dastehen und gedacht haben, Sie können mit Altersrentenbescheid auch eine Betriebsrente bekommen und Sie gucken dann sozusagen in die Röhre. Also meine Damen und Herren, bitte vorher prüfen und wenn das dann sicher ist, können Sie gerne auch einen Altersrentenantrag stellen, der möglicherweise auch eine Teilrente sein kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.